Fresa ist ein familiär geführtes Unternehmen mit weltweiten Bestandorten. Wir produzieren Hochleistungswerkzeuge. Hallo zusammen, ich bin Labinet, mache meine Lehre hier in der Firma Fresa und bin im ersten Lehrjahr als Anlagenführer und heute zeige ich euch einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag. Meine Haupttätigkeiten als Anlagenführer sind Anlagen bedienen, schauen, dass Anlage am Laufen ist und verschiedene Fehler und Störungen beheben. Das Besondere an meinem Beruf ist, dass er sehr vielfältig ist, sehr spannend und abwechslungsreich und ich arbeite in einem sehr modernen Umfeld. Als Anlagenführer muss man technisches Verständnis mitbringen, teamfähig sein, handwerkliches geschickt, genaues Schaf und Freude an Technik haben. Die Firma Fresa soll man die Lehre machen, weil Fresa sehr modern unterwegs ist, mit einer eigenen Lehrwerkstatt und im letzten Lehrjahr kann man sogar noch ein Auslandspraktikum machen. Jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag gezeigt als Anlagenführer und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch gerne bei der Firma Fresa bewerben. Bis zum nächsten Mal.